So, dann sind wir wieder weiter in der Cache. Ach ja, der fahrt gerade. Ach, der packt ein Zombie durch den Boden. Oh mein Gott. Lol, 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 lol. Ja, ich versuch's gerade, aber ich will nicht runter... Äh... Ah, Zombie! Geh, sterben! Spinne, verrecke! Das mit. Ah, was hast du, Alter? Wo kommen die ganzen Zombies her? Creeper! Was du, Alter? Ich hab... Mein Creeper ist abgeschmiert. Okay, ich wollte das Flash-Budger, damit wir überhaupt ein bisschen Luft kriegen gerade. Ey, mein Creeper ist down, als der Creeper gerade explodiert wollte. Ey, mein Creeper hat mich vor was bewahrt, was ich nicht hätte verhindert können. Wie geil! Das ist so sinnlos, ich stehe mit dem Rücken zur Wand, und was ist, hinter mir steht auf einmal ein Creeper. Ey, Creeper sind genauso sinnlos wie Endermans. Ja, Endermans sind beschissen. Creeper sind noch eine halbwegs Herausforderung, aber Endermans sind einfach scheiße. Na, Endermans kriegst du wenigstens tot. Creepern sind ja die ganze Zeit. Ja, aber Endermans porten sich durch die Gegenwart verhindert. Aber was, ich meine, wenn die sich nur porten würden, dann wäre das ja noch okay, aber wenn die... Und wenn die dann halt nur angreifen. Aber wenn die dann beschissen ist, dass die Blöcke klauen. Ja. Das wird total scheiße einfach. Voll die Creeper. Na ja, die werden gebannt, alle. Slash-Ban in Enderman. Oh, Minecraft, ey. Mein Minecraft hat sich komplett aufgehangen. Super. Soll ich kurz den Part beenden? Ja, ne, ich komm gleich. Mach mal, mach mal so lange, äh... Ich grabe so lange hier das scheiß Eisen ab. Ja, mach mal. Und warte, bis wieder so ein Creeper von oben kommt. Oh, jedes Mal eckt sich Minecraft auf. Ah, okay, mach mal kurz den Part, äh... Außerdem mal eben. Ja, ich grabe so lange hier das Eisen ab, war ehrlich. Ja, ähm, okay, dann mach ich dazu. Oder musst du PC0 starten? Nö. Minecraft hat sich... Er hat einfach momentan irgendwie so Probleme. Es war bis das Fenster komplett aufgebaut hat. So, jetzt ist es da. Alter, jetzt habe ich schon mehr RAM und es funktioniert trotzdem nicht richtig. Ich raff das nicht. Wir haben noch zwölf Minuten, ist okay. Logging in. Bin da. Äh, der Creeper ist weg. Ja. Ich habe es überlebt. Und ich glaube, ich... Ich glaube, mich hat der Creeper... Ne, der hat mich nicht erwischt. Boah. Perfekt. Ja, weil ich es der Spudger noch schneller hingegeben hatte. Oh. Ja, und vor allem, weil ich... Wo... Wie bist du da unten hinkommen? Wo? Oh. Ich denke so, hä, wie bist du da unten in den Kopf? Was machst du da unten? Ja. Ey, hier oben geht es weiter. Grabe dich mit. Ist hier eine Sackgasse? Ne, da oben geht es weiter. Nimmst du jetzt gerade auf, oder? Ja, ich nehme es gerade auf. Du stehst hier bei mir so schön rum. Schon wieder abgeschmiert? Hallo. Bei mir ist die Verbindung gerade am Arsch. Ah, was ist denn das für eine Scheiße? Das hängt... Ach, kack Hamashi, Alter. So, einmal Hamashi neu starten, warte. Mach das. Ah, das dauert nicht lange. Ich erkund dich immer kurz weiter so lange. Wieso habe ich jetzt Minecraft eigentlich ausgemacht? Ne, ich schlau. Gehst du mal weiter. So, gut. Minecraft. Na, wo in Deutschland? Ist das eigentlich hier so wie bei den Strongholds? Was? Dass, wenn du dich weiter nach, äh, in die eine Richtung krebst, dass da vielleicht noch was kommt? Keine Ahnung. Auch hier kommt Wasser. Also ich kann schon mal nicht auf Wasser. Okay, jetzt. Jetzt das mal wieder da. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Nein, Nintendo ist am abspacken. Ne, dann wäre ich auch aus dem Teamspeak. Dann wäre ich auch aus dem Teamspeak rausgeflogen. Und nein, niemand kriegt die, äh, IP vom Teamspeak. Wo bist du? Was? Ich weiß nicht mal, wo ich bin, ey. Äh, dann teleporte dich. Na, ich sehe dich. Gehe geradeaus. Zurück. Grab dich. Ey, warte, 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 warte. Oh, hier geht's runter. Ne, da war ich schon. Ne, ach. Nein, hier ist Eisen. Da ist die Dings zu Ende. Die was? Da ist die Dings zu Ende. Die was? Die Warte. Die Dings ist was? Die Mine. Die Mine Schaft. Die Mine Schaft. Ja, die Mine Schaft. Ganz so gut du ist Deutsch. Ganz so... Oh mein Gott, ein Creeper und ein Gelet. Jetzt so richtig. Äh, was? Da lang bist du definitiv nicht, aber da hinten ist eine Kiste. Nein, da war eine Kiste, Mann. Du sag gerade. Wo unten? Da war eine Kiste in dem Gang, wo ich gerade war. Welcher war das? Das war bei dem Teil, wo das, äh, zu Ende war. Wo du gesagt hast, da willst nicht lang. Da war eine Kiste. In dem Fall sah das so aus. Ja genau, hier. Was sieht denn fast aus, da ist da eine Kiste hin? Und da ist sogar eine. Melonsamen? Äh, Melonsamen, Kohle und Redstone. Redstone können wir gebrauchen. Fünf Stück. Kannst du eine Pistens-Tür bauen? Nein. Hier ist noch eine Kiste. Guck mal, noch. Ey, lol. Äh, Melons seeds, äh, Kohle und Eisen. Hier war bei mir auch noch eine Kiste. Auch hier. Wie viele Kisten sind hier, bitte? Voll Kisten zu spammen. Naja, aus der Unlimited-Kisten-Kiste. Hier ist was hinter. Das, das lügt. Äh, da, da ist gelogen. Hundertprozentig. Was? Ja, dass hier diese Stelle ist voll scheiße. Ist, ja, ich hab doch gesagt, was was hinter. Wow, Zombie! Boah, hast du Angst vor Zombies, oder was? Nein, ich grabe. Ja, Creeper! Geh weg, Zombie. Zombie, du siehst aus wie so eine komische Figur. Creeper! Hier warst du schon. Hier ist es leer. Hast du dich grad bei so einem, äh, Bruch gebaut? Ja, hast du. Das ist ein Creeper! Voll hinten, Mann! Knockback! Nein! Ey, warum ist denn der nicht richtig explodiert? Slashback. Lass meine Sachen liegen. Ja, hab ich gemacht. Du hast kein verzaubertes Knockback wert. Ja, leider. Was hab ich in meinem Singleplayer? Ist voll geil. Ja, die so voll weit zurückstoßen kannst, das ist richtig genial. Mein Brot muss noch unten rein. Alter, ich hab schon 19 Eisen. Wie viele Melonen? Was gibt's? Äh, 3 und 7 Pumpkin Seeds. Dann haben wir 6 Melonen. Das reicht eigentlich auch schon. Eigentlich schon fast. Weil eigentlich brauchst du eh nicht mehr. Weil Melonen droppen so verdammt viel. Bringen zwar wenig, aber droppen verdammt viel. Ich würde dich für das Redstone nicht für eine Redstone. Ach, meinst? Warte, warte, warte für eine Redstone Tür. Meinst du mit einer Doppeltür oder so? Oder was? Naja. Ja, das ist schwierig für mich. Ich kenn mich nämlich nicht so wirklich damit aus. So, lass mal gucken, ist hier irgendwo ein Vieh. Ach, Eisen. Muss Eisen abbauen. Drang. Zu groß. Nein, ich bin der Hand hergefallen. Fuck. Voll nicht geklaut gerade. Hä? Echt? War voll nicht von Gronkh geklaut. Das hat Gronkh mal gesagt? Ja. Ich guck Gronkhs Let's Play nicht. Das, äh, ich kann das nicht wissen. Gronkh ist der einzige, äh, Gronkh ist der einzige. Oh mein Gott, 5 Creeper. Äh, die Creeper sind... Die Creeper sind genauso extrem viele und explosiv wie die Handgranaten, die vorhin bei mir, äh, als ich ein bisschen BitCopy 2 gespielt habe, war. Ich sitze in einem Haus, schön in der Ecke, kommt ne Handgranate. Dann kommt noch ne Handgranate. Die beiden explodieren. Dann kommt noch eine, die explodiert auch. Die hat mich allerdings erst die dritte erwischt. Dann kommen nochmal zwei und die zweite davon erwischt mich auch erst. Komm mal her. Ich find's schön, wie... Vor allem finde ich schön, wie von einem Typen 5 Handgranaten geworfen werden. Vielleicht war's... Ja, äh, Granatenspam aus der Unlimited Granatenkiste. Aus der unendlichen... Oh, das ist der unendlichen Munitionskiste. Haha. Ja, mal Raketenspam aus der unendlichen Munitionskiste, ne? Ja. So schön... Ah, fuck, meine... Schaufel ist im Arsch. Ich hab noch ein bisschen Schaufel. Komm mal zu mir. Ne, ich brauch grad eine, muss grad eine bauen. Oh mein Gott, hier ist auch noch Creeper. Ich baue mir jetzt zwei, ist mir egal. So, zwei. Oh mein Gott. Oh mein. Kohle. Ich bin weg. Ah, ich baue mal einen Melonsamen an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm, lass es reichen, lass es reichen. Komm, bitte lass es reichen. Hast du Knochen? Äh, was? Egal. 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 Bist du... Bist du im Haus? Nein. Du sagtest, du brauchst einen Melonsamen an. Ja, warte kurz. Du musst schon warten, bis die Dinger, äh, bis die Dinger gewachsen sind, bevor die essen kannst, dann weißt du ja, ne? Ich schmeiß die gleich weg. Nein, schmeiß die nicht weg. Nein, nicht die Melonsamen. Jetzt. Ach, geht doch. So, und den Rest schmeiß ich weg davon. Oh, Fridolin. Du bist endlich gekommen. Deh, was? Dir ist ein Licht aufgegangen? Mein... Mein... Meine... Meine... Oh! Alter! Ey! So geil! Ich guck hier in so'n Gang rein. Jeder zwei Creeper. Ich dreh mich um, guck mich über so'n Gravelblock direkt'n Creeper an. Ich weiß. Dann warst du da, wo ich mich gerade weggepasst habe. Guck so schön! What the fuck, Alter! Ich brauch... Ich brauch Pfeile. Von wo ich mich verpisst habe. Weißt du, da wo du das Ding mit zwei Dingern zugebaut hast? Genau. Mit so zwei Koppelssonnen? Creeper! Creeper, die Creep, Creep! Creeper, die Creep, Creep umgelegt. Creeper, die Creep, Creep weggecreept. Na Creeper, hab ich euch Licht gemacht? Ich hab endlich ein Fridolin, ey! Das ist der erste Fridolin, den ich gefunden habe. Was für ein Fridolin? Was ist Fridolin, Mann? Was hast du? Sag ich dir nicht. Und du kommst bitte jetzt nicht zur Base. Ah, ich will Pfeiler. Ich schlachte jetzt noch ein paar Skelette hier unten ab. Dann baue ich das Eisen hier ab. Dann gucke ich, dass hier nichts mehr spawnt. Und Creeper, sitz! Hast du einen Stein gefunden, oder was? Ja. Steinsitz! Steinhaustier. Die brauchen vier Platz, ne? Ja. Ich komm gleich mal. Ich baue jetzt mal eben die Schienen hier ab. Das hätten wir ja auch machen können, die ganzen Schienen abbauen. Warum? Dann nehmen wir einfach einen Eimer Wasser. Ich meine, weil die Schienen können wir ja benutzen. Hä? Geht doch voll schnell. Ich meine, die Schienen können wir ja benutzen. Wunderbar, für irgendwie eine Bahnschrecke oder sonstwas. Ich baue einfach mal ein paar ab. Ja, musst du jetzt aber noch nicht machen. Oder doch? Irgendwie ja doch. Ich hab ne Idee, dann brauchen wir hier nicht immer runterlatschen. Dann nehmen wir einfach... Ja, nach Hause, komm. Ich komm zu dir. Wie findest du eigentlich den Balkon? Cool. Ein Fridolin! Das ist ein Fridolin, aha. Du hast einen Hund gefunden. Ja. Das ist wie ne Sackratte, ey. So, Melon Seeds anbauen. Und... Geht bloß an... Bring mal da ne Höhe hier hin, das ist was zerplatzt. War das richtig, so wie ich die angebaut habe? Wenn ich so anbaue, dann kannst du gleich so machen. Äh, dann brauche ich hier noch ein paar Pumpkins hin. So. Ne, das geht auch so nicht. Die brauchen noch... Die wachsen, da wächst die Pflanze und hier... Würde dann... Würde dann, also hier... Würde dann die... Die Melone wachsen und der... Oder der Kürbis oder sonst irgendwas. Ja, nur die letzte Reihe hier ist jetzt sinnlos, weil die kannst du nicht benutzen. Dann machen wir die letzte Reihe, äh, Dings. Die brauchen... Die Pflanzen... Also Dinger plus Pflanzen brauchen drei Platz. Hast du... Ach, zwei. Zweimal nicht. Ich hab keine Knochen, ne. Soll ich mich nicht mehr mit Knochen cheaten? Nein. Ich dachte, wir hatten doch welche... Du hattest doch Knochenmehl. Der ist alles leer. Alles hier drin. Okay. Ich baue mir jetzt einen Bogen. Ich baue mir einen Angel. Ich baue mir einen... Klumpen. Soll ich... Soll ich... Äh, ne, ich baue mir selber ein. Ich habe genug Strings. Hast du noch einen Stick für mich? Alles zu Ende. Ja, gib mir noch einen Stick. Moment. Äh, ich muss eben meine Angel... Sub. Ja. Ich hab ne Angeln, ich geh jetzt erstmal angeln. Nein, wir machen jetzt erstmal den Part zu Ende und gleich den nächsten hinterher. Naja. Heute werden wir denn bloß rumsitzen und angeln. Na, ich werde rumsitzen und angeln. Du nimm's auf. Naja, okay. Ähm. Das war's dann. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss. bis zum nächsten Part, ños. Untertitelung des ZDF, 2020